Mehr zur Festnahme und zum Verdächtigen wird gleich um 13.30 Uhr die Stockholmer Polizei in einer Pressekonferenz bekannt geben. Die werden wir hier auch live bei Phoenix senden. Erstmal lassen wir uns aber von meinem Kollegen Tilman Bünz auf den aktuellen Stand der Dinge bringen. Herr Bünz, was weiß man denn bislang über den Mann, der festgenommen wurde? Ja, die Medien wissen viel und die Polizei weiß wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Aber wie Sie gerade sagten, auf der Pressekonferenz wird wahrscheinlich das alles bestätigt, was hier schon kursiert. Gestern Abend um 8 Uhr wurde ein Mann festgenommen. Er soll 39 Jahre alt sein, aus Usbekistan kommen. Er hat hier in Schweden im Einwohnermelderegister, hat er sich registrieren können. Er soll mehrere Kinder haben. Er soll Baufacharbeiter sein. Man hat sich seine Facebook-Seite offenbar genauer angeguckt und erkannt, dass er Sympathien hat für den IS. Das kann man daran sehen, dass er bestimmte blutige Terrorbilder geliked hat. Also mit zustimmendem Häkchen versehen hat auf seiner Facebook-Seite. Hintermänner, alles noch sehr fraglich. So eine Tat folgt ja einem bestimmten Muster. Und dazu werden die Ermittler sicherlich auch sich bald äußern. Wenn man noch ein bisschen mehr weiß, weiß man, ob er ein Einzeltäter war. Aber so viel wird wahrscheinlich bestätigt. Es handelt sich erstmal um diesen einen Mann. Es gibt wohl offenbar noch eine weitere Festnahme, aber das ist noch nicht bestätigt. Wie ist man ihm denn auf die Spur gekommen? Ja, das ist eine Kombination verschiedener Überwachungstechniken, muss man wohl sagen. Ganz in der Nähe ist der Verdächtige gesichtet worden auf einer Überwachungskamera. Warum er nun genau der Verdächtige ist, das wissen wir auch nicht. Aber man hat ihn eben als verdächtig bezeichnet und hat festgestellt an den Bildern, die Sie auch eben gerade gezeigt haben, dass er gerade telefonierte und vielleicht ist Ihnen das auch schon mal aufgefallen, wenn Sie irgendwo sind und Sie haben einen bestimmten Kartendienst eines großen Unternehmens auf Ihrem Handy drauf, dann wird gleich gefragt, wollen Sie hier von diesem Ort ein Bild schießen? Für den Laien stellt sich das offenbar so dar, dass wenn Sie die Uhrzeit haben und den Ort eines Fotos und jemand telefoniert, dann können Sie feststellen bei den Anbietern von Handys, wer zu diesem Handy gehört, welche Nummer es ist. Und das, so sagt der Terrorexperte der schwedischen Verteidigungshochschule Brun, sagt das, so ist man ihm sozusagen auf die Spur gekommen und hat ihn gestern Abend um acht verhört. Er hat offenbar, es heißt, er hat einen Sprengsatz dabei gehabt in dem Lastwagen, der aber nicht oder nicht ganz vollständig detoniert ist. Er war wohl verletzt. Er ist von dort aus, von dem Tatort, dann untergetaut schnell in die Tunnelbahner, also die U-Bahn gestiegen, dann wohl in einen Vorortzug. Es war wohl auffällig, er hat wohl auch Blutspuren etwa hinterlassen. In einem Laden hat er sich dann sehr auffällig benommen, die Besitzer sollen die Polizei gerufen haben und dann hat man ihn gestellt oder ich glaube, er ist noch kurz geflüchtet, dann hat man ihn aber gestellt. So, so, das ist auch die Frage, wie man ihm wohl auf die Spur gekommen ist. Das wäre die Antwort also über sein Handy. Das Handy hat ihn eigentlich dann verraten. Sie haben es gerade schon mal angedeutet, ob es Hintermänner gibt oder Komplizen, das ist noch sehr fraglich. Wie intensiv ermittelt denn die Polizei in diese Richtung? Man weiß, dass es in Schweden etwa 200, vielleicht 250 Männer gibt, die sich dem IS angeschlossen haben, also die nach Syrien gegangen sind. Einige davon sind auch wieder zurückgegangen. Das ist keine riesengroße Szene, die wird, nehme ich mal an, ziemlich gut überwacht. Ob der Mann dazugehört hat, kann im Moment, kann ich jedenfalls eher nicht sagen. Es gibt so eine Einschätzung, wonach solche Taten auch durchaus von Leuten begangen werden können, die nicht Teil eines großen Netzwerks in dem Sinne sind, dass sie von dort aus Kommandos empfangen oder dass sie ferngesteuert werden. Der Tathergang ist einfach ziemlich simpel. Ein Mann guckt sich den Ort an, überlegt sich, er klaut einen Lastwagen. Das ist jetzt ja das vierte Mal, dass ein Auto gestohlen worden ist. Jeder weiß ja noch, was in Nizza passiert ist, in London und so weiter, in Berlin natürlich auch. Fährt mit diesem Auto in schneller Fahrt um drei Ecken, sucht sich die belebteste Einkaufszone einer Stadt. Das ist da, wo man sich in Stockholm trifft, beim Kaufhaus Olehens. Er flügt dann, rast dann wie ein Berserker absichtlich durch diese Fußgängerzone, kommt dann zum Stehen, flüchtet auf eine Art und Weise. Der von mir eben schon genannte Terrorexperte, Brun, sagt, naja, dafür braucht man eigentlich kein Kommando vom IS aus irgendeiner fernen Stadt. Das kann man sozusagen auch so machen. Im Umkehrschluss heißt das, man kann es auch sehr schlecht vorhersehen, man kann es auch sehr schlecht verhindern, man kann sowas schlecht aufbauen. Man hat dann auch schon diskutiert, ob es nicht besser wäre, vor solchen Einkaufszonen so eine Art Betonsperren aufzubauen. Wir wären dann sozusagen praktisch immerzu im Belagerungszustand. Aber was nützt das? Dann gibt es andere symbolische Orte. Man kann ja nicht überall Betonsperren aufbauen. Insofern ist das etwas, die IS propagiert ja genau diese Art von Tat, wohl wissend, dass sie damit eben sehr viele Helfer motivieren kann, die sie gar nicht groß steuern muss. Das ist ein großes Problem in der Tat. Schauen wir aber jetzt nochmal auf Stockholm, eigentlich eine sehr friedliche Hauptstadt. Der Schock dementsprechend natürlich gestern riesengroß. Wie geht es den Menschen dort heute? Wie ist heute die Situation da? Also die Stelle vor dem Kavos Olens, an dem es passierte, da legen viele Menschen Blumen nieder. Und die Kronprinzessin und der Kronprinz Victoria und Daniel waren vor kurzem da und fanden dort die richtigen Worte. Es ist eine Mollstimmung auf der einen Seite. Es ist natürlich ein schreckliches, es ist ja so ein Jedermann-Verbrechen. Es hätte jeden treffen können. Wer war nicht schon mal freitags um drei genau in dieser Straße, in der Dottninggarten? Andererseits beobachten meine Kollegen, die da gerade gedreht haben, auch so eine andere Reaktion. Man muss darüber reden. Wildfremde Menschen haben ein gemeinsames Thema, müssen sich austauschen. Es gab auch gestern zum Beispiel Stockholm, die Polizei mahnte ja sehr eindringlich davor, Menschenmengen zu meiden. Also die Innenstadt zu meiden, die Innenstadt zu verlassen, Menschenmengen zu meiden. Ja, was soll man aber bitte tun, wenn man am Freitagnachmittag gerade auf dem Weg nach Hause ist? Und dann gab es eine Aktion auf Twitter, die hieß Open Stockholm. Zum Beispiel die Kirche, eine der großen Kirchen öffnete sich, bot Handy-Aufladegeräte, Tee und Trost. Und das war wohl eine Welle der Hilfsbereitschaft auch. Der Stockholmer, man liest die Schranken fallen. Normalerweise lassen Schweden andere nicht so einfach in ihre Wohnung rein. Aber jeder, der das hörte, dachte wohl, jetzt ist der Moment gekommen. Wer weiß, ob nicht noch auch was anderes passiert. Jetzt machen wir mal unsere Türen auf. Es gibt auch ein Bild von gestern. Da gehen Tausende von Menschen über eine große Brücke verlassen, die Innenstadt aufgewühlt. Manche weinen, nicht viele weinen, schon irgendwie gefasst. Aber die wandern nach Hause. Es gab ja gestern keinerlei Zugverbindungen. Die T-Bahner, die Tunnelbahner, die U-Bahn fuhr dann später wieder. Aber eine Weile ging da gar nichts. Man kam nur noch zu Fuß raus. Das Land arbeitet das kollektiv auf, auf eine ganz gesunde Weise. Stockholm ist keine Geisterstadt mehr. Man bleibt nicht in seiner Wohnung und grämt sich und sorgt sich und denkt sich, oh Gott, was hätte mir das passieren können. Man geht schon so langsam wieder raus. Immerhin, das klingt eigentlich ganz gut. Herr Böns, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Bitteschön.